Hey Freunde der Katanischen Unterhaltung. Wir haben hier eine Batterie von Katan und zwar die Mysterious Waze. Sie hat 42 Schuss, so sieht das Ganze aus, hat auch eine Reservelunte, falls das euch interessiert. 20 mm Kaliber aus der Star Collection. Sie hat eine NEM von fast 270 Gramm, wartet mal kurz, so, da. Und ja, preislich hatte ich bezahlt 8,80 Euro und deswegen würde ich mal sagen, für 42 Schuss 8,80 Euro, schauen wir uns die mal draußen an und dann bis gleich zur Zündung. So, da kommen wir jetzt zu der Mysterious Waze von Katan. Schauen wir uns diese drauf an. Fand ich ganz okay. Ich müsste jetzt mal gucken, was der Preis gesagt hat, aber sie ging eigentlich. Junge! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017